Hi und herzlich willkommen zurück zu Let's Mecklen. Wir haben nochmal 30 Knochen. Hier sind 45 Steaks. Ich habe 54 Steaks jetzt. Soll ich mal die anderen Dias holen? Kannst du mal Kohle reinpacken? Kannst du mal Kohle in den rechten Ofen, äh, unten rechts in den Ofen packen? Ja, aber natürlich, boy. Warte, hier ist noch Schweinefleisch hinter dir. Gut, ich gehe mal vorsichtig rüber, ne? Ja, ich decke dir den Rücken. Ich lecke dir den Rücken. So, soll ich nur die Dias holen oder Gold auch? Gold auch, ja. Okay, soll ich noch was? Das Buch? Du brauchst ein Gold nur. Ne, das Buch brauchen wir ja nicht, ne? Ne, du brauchst nur ein Gold. Lapis haben wir auch. 20 Stück hier drin bringe ich auch mal mit. Ja, okay, aber nur ein Gold brauchst du. Den Rest kannst du drin lassen. Hallo, ich will den Dreck. Kann ich zubauen. Wie behindert ist denn das jetzt hier? Was machst du? Du kannst dich auf die Kiste zielen und zubauen. Du musst da drüber zielen. Ja, schon klar. Ich brauch dir aber einen freien Inventarplatz, du Missgeburt. Ah, danke. Muss mal wieder was essen. Du bist so fett und vergiss das Essen, man. Das kann doch nicht angehen. Fick dich. Digga, wenn jetzt Leute kommen, Alter, ich bin voll am Arsch. Im Arsch, richtig. So, gib mir mal bitte deinen... Ach, Handy, wir haben gar keinen Apfel, ne? Deswegen gebe ich dir das Gold jetzt erstmal. Wir brauchen die Waffenboxen, Brody. Ja, stell die doch hin. Ja, ich hab eine, hab ich dabei. Ja, gib mir deine ganzen Dias, bitte. Alle Dias, bitte. Ja, hier. Hier. Oh, oh yeah. Oh, guck her, gerne. 27 Dias, Alter. So viel hatte ich noch nie in meinem Leben. Ja, schon krass, ne? Hier ist eine für dich. Ach ja, was... Hier ist eine Dias-Rüstung. Danke. So, schmeiß mal weg. Die wird angezogen. Was mach ich jetzt mit der? Die packe ich da rein. So, wer wüsste denn? Ich hab noch drei Pfeile für dich hier. Warte. Eins, zwei, drei. Danke. Den Bogen brauch ich auch nicht. So, was ich jetzt gerade noch sagen wollte. Ich habe in der letzten... Oder wir haben in der letzten Folge übersehen, dass Team Tomle beide gestorben sind und deswegen jetzt eigentlich gar keine mehr Leben haben, aber noch nachjoinen durften, da sie noch zwei Leben hatten. Wenn sie jetzt aber sterben, sind sie instant raus. Hast du schön gesagt, mein Schatzi. Ne? Sogar auf relativ gutem Hochdeutsch. Protection 1. Hab ich. Gib mir gleich mal deine ganze Rüstung. So, was haben wir denn hier? Protection 1. Ne, Projektil und Unbreaking, nein. Hä? Also ich bin komplett hier an Armored. Projektil Projection. Äh, was haben wir hier? Protection, Blast Protection. Wollen wir Blast Protection für unsere Hose nehmen? Wegen Explosion und so? Ja, komm, nehm ich einmal. Huch. Schmeiß das Lapis weg. Du hast bitte Ausschau, ne? Du hast meine Schuhe. Ups, sorry. Projektil Projection oder Projektil Projection raus. So. Wie er immer das Lapis wegschmeißt. Ja, warte so. Projektil Protection, Protection, Protection. Ach, ich hab ein Pobel in der Nase. Das nervt mich. Protection. Oh, das Buch schaut mich an. Das nehmen wir. Das nehmen wir. Aber da haben wir was drin, ne? Äh, warte mal, ich kann hier noch. Alex. Ja? Bitteschön. Danke. Bambam, bambam, bambam. Bambam, bambam. Knockback. Digga! Nice. Oh, ich dach, oh, ich dach grad von diesem Ofen, Alter. Das Schwarze wäre ein Namenschild. Achso. Okay, warte. Ich mach jetzt nochmal. Soll ich noch ganz viele Magazine für die Thompson machen? Ja Das ist ja unsere Hauptwaffe eigentlich, ne? Ne, wir haben die MP44, haben wir Das ist unsere Hauptwaffe Thompson haben wir gar nicht, das ist die American Weapon Box Ich hole mal kurz die anderen Yo, ich baue die hier ab wieder Ja, du gibst mir Deckung Deckung am Geben Die Deckung am Heaven Zombie kommt, Zombie kommt, Zombie kommt Der Boy ist den Zombie am Killen, Alter Also, wir haben das mit Domse geklärt Welche sollen wir denn, die britisch oder Die deutsche, die deutsche, die deutsche Hinter diesen zwei Zombies gleich Ja, ja, die kommen aber zu dir Oh, ich hab meine Waffe gedroppt Wie dumm bist du denn? So, komm Back in the base, Alter Boah, ich muss aufhören, echt so zu reden, Alter Alter Alter, 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 Alter Oh, ab in den Süden Der Sonne hinterher Ey, oh, was geht Der Sonne hinterher Ey, oh, was geht Äh, ich packe jetzt mal die, die wir vom Gegner-Team haben Einfach in die Box, ne? Damit es so aussieht, da hätten wir hier eine Weapon Box drin Weißt du, haha, Trick und so Warte, wir machen uns zwei Dia-Schwerter Habe ich gerade doch nochmal entschieden Okay, dann mach dich dann So, hier ist ein Dia für dich Danke Soll man es mal verzaubern? Ja, ja, natürlich Zombie? Bane of Anthropos Knockback Unbreaking Ja, ich hab keinen Larpis, ne? Ja, ja, gib her Hier Ich töte mal den Zombie, okay? Und so, Schadness Oh, du, hier Bitteschön, das ist dein Schwert Wo? Da ist dein Schwert Wo denn? Ja, das hast du doch schon Achso, ja, ich hab's Ja, 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 passt So, verzaubert ist alles Kann man eigentlich auch Waffen verzaubern? Ne, ich glaub nicht Schade, das wär zu witzig gewesen Waffen gehen nicht Springfield Aber wir können noch unsere Eisenschwerter verzaubern, oder? Habe ich dafür eigentlich Emmo? Ich hab alles verzaubert, ja? Ja, ne, meins nicht, oder? Ne Mein Eisenschwerter nicht So, MP44 Ich mach wie viele? Ich kann insgesamt Ach komm, ich muss das Gib mir mal ein bisschen Larpis, bitte Warte So, ich hab jetzt Neun Magazine Okay Haben wir mal auf Danke So, dann packen wir das hier noch rein Das da Äh, Sharpness 1 Ja Ja, 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 Sharpness ist gut Okay, gut Dann hab ich jetzt hier Und 1, 2, 3 So, ich hab jetzt so viele Ich hab jetzt 4, 8, 12 Magazine Wie viel hast du? Für die MP44 Ich hab jetzt Ich habe jetzt Nachdem du mir die gegeben hast Äh, 8 Gut, warte Dann kriegst du noch Ach, nee, gar nicht Dann haben wir genau gleich viele Ah, fuck Kannst du mir 2 zurückgeben? Bitte? Ähm, ich Ach, wir haben nicht genug Eisen, ne? Na, haben wir nicht Ja, ich muss mal hier noch ein bisschen was rauspacken Merk ich grad Ähm Okay, die Kiste ist voll Wir haben Wir haben Genug auf Reserve Das heißt Wollen wir wirklich alle Magazine mitnehmen Oder wollen wir irgendwie 2 auf Reserve in die Box packen? In die geheime? Ja, lass mal 2 wegpacken Die Waffen kann man ja immer noch craften später Okay, mach mal Hm So, wir legen jetzt alles So ein bisschen Sachen auf Reserve ab So, was können wir hiervon noch gebrauchen? Rüstung American Waffenbox Das ist die von denen, ne? Hm Einfach drin lassen Einfach so zu zutaten Waffen, Axt Ja, ja, alles gut Brustpanzer Wobei das voll unsortiert aussieht, Alter Ja, es ist nicht schlimm Ja doch, dann denken die gleich Okay, das ist nicht die Hauptbox, ne? Hm Hm, da unten ist ein Enderman Wirst du sneaken? Okay Dann sneaken wir So Kannst du bitte Ausschau halten? Ja Dies kann ich durchaus tun Das kommt weg Das kommt weg Oh, Springfield einmal Cool Die Diamanten kommen weg Der Cold kommt weg Labus kommt weg Ich pack auch ein bisschen Essen weg, ne? Jo Was? Das war meine Enderperle Oh Oh mein Gott, du Missgeburt Prä-Intro Ich dachte gerade Oh, oh, nein, nein Ich pack jetzt mal hier vier noch rein, ne? Von meinen Ammos Ja gut, dann packe ich da noch Ich habe jetzt nur vier Ammos bei Aber das dürfte eigentlich reichen Ich muss so viel wegschmeißen Du hast einen Dirt, Bruder Hier, Potato Kann weg Das kann weg Leder kann weg Du hast einen Dirt Kannst du mal die Box zu machen, bitte? Ja Wer lädt danach? Deine Mutter Irgendwas passt da nicht, ne? So, ist zu Gut, perfekt Ich würde mal sagen Ich habe jetzt noch die Browning von denen dabei Aber das ist ja egal, oder? Ja Also, Boy Wir gehen auf Suche, ne? Wir sind richtig heftig am Equipped sein, ey Am Equipped Heaven Bean Tun machen Lass mal zu Charminix Nee, Alter, komm Komm, übertreiben müssen wir es auch nicht Ich glaube, die wurden jetzt Dafür, dass sie gespoilert wurden Echt genug gefickt Alex, bist du das? Okay Ja, natürlich bin ich das Komm, lass Lass offen rumrennen Die sollen uns finden Okay, wir haben Panzerfaust Vier Schuss Ähm Ich verliere die Panzerf... Oh, gut, da gehe ich nicht lang Alter Okay, gut, ich gehe nicht über den Fluss So, wir warten bis Tag ist Ja Ähm, nee, das Ding ist Wenn ich die mit der Panzerfaust schieße Verliere ich die doch Aber ich kann sie wieder aufsammeln, ne? Nee, das ist bei der nicht so Wie? Das ist schon bei der anderen so Das ist schon die schwächere Panzerfaust Es gibt doch zwei Es gibt einmal eine Bazooka Und einmal eine Panzerfaust Ja, und ich glaube... Boah, Alter, hat es gerade geleckt bei mir Äh... Lass mal in die Richtung gehen Richtung Tempel Und ich glaube, die Panzerfaust Ist die, die du verlierst Nein, die Panzer... Als ich damals mit der Panzerfaust Ausversehen geschossen habe Habe ich die direkt... Habe ich die direkt verloren Ja, okay, weil ich habe letztens auch Mit der Panzerfaust geschossen Also getestet hier bei Ding Ja Als wir mal einen Test gemacht hatten Da habe ich die auch nicht verloren Ja, ist ja auch egal Naja, aber ja Du kannst sie danach Direkt wieder aufsammeln Ja, gut Alter, guck mal Das Knockback-Schwerk Ist so witzig Hui Hui Ja, gut Ich habe nur Sharpness, ne? Nee, dein Dia-Schwert Hat, glaube ich, Knockback Achso Ja, gut Aber das benutze ich ja Als Asch mal nicht Ja Wobei das ja ewig hebt Ich habe immer Schiss Wenn man so im Wasser ist Oder so Dass dann ein Gegner kommt, Alter Alter, die Bombs Die schlechteste Erfahrung, ne? Ich hasse es eigentlich Bei Nacht rumzulaufen, ey Boah Da ist noch eine Spinne übrigens Oh, bin ich gerade erschrocken, Alter Aha Okay, komm Weiter geht's, Bodi Ich dachte, warum kriege ich einen Schaden Oh, warte Ich muss mir Fleisch schnell In die Schnellleiste Alter, wir haben so So heftiges Equipment, ne? Alter, wir sind richtig gut, ey Im Gegensatz zum letzten Mal Ja, und das Ding ist Wir mussten nicht mal in die Hölle Oder irgendwie sowas Um das alles zu finden Ja gut, so ein paar Tränke Wären schon noch nice gewesen Sag ich mal so Ach komm, die ziehen wir Domse auch noch ab Achso Äh, wenn Domse Wenn du irgendwie so Was von Domse aus Hochfliegen siehst Oder so, ne? Also ich weiß nicht Vielleicht haben die auch Den Unsichtbarkeitstrank oder so Das wäre natürlich richtig heftig Alter, das wäre richtig mies, Digga Was machst du? Das da wegwerfen Achso, die Magazine Okay, so, weiter geht's Ja, ich bringe auch mal ein paar Ja, warte mal Äh, die Hirne Ja, doch, behalte ich mal die Ranne Ach scheiße, ich habe jetzt das ganze Gold dabei Das wird Tag, Bruder Das wird Tag, Bruder Egal Nein, das sollst du ja dabei haben Weil wir jetzt nach Äpfeln suchen Achso, okay Okay, alles klar Der Holz brauchen wir dann auch noch, ne? Äh, ne, ich habe noch genug Holz Ja Ja, ich meine ja nur Weil wir ja da eine Ding craften müssen Was müssen wir craften? Ne, eine Dingbox Ach ja, ich hatte eigentlich eine mit Ach stimmt Ja, ja, ne, alles gut Achso, wenn du einen hastest, ist ja cool Ne, ich hatte eine Dann ist ja alles easy Die habe ich aber weggepackt Ach komm, wir finden schon Apfel Wenn wir einen Apfel finden wollen Komm Ich behaupte jetzt mal Halt mal dein Schnauz, ich würde was sagen Also, falls wir jetzt Tom und Max dir begegnen sollten Äh, lassen wir die in Ruhe Nein Es wird kein Frieden zwischen den Fronten geschlossen Ja, eigentlich Nein, 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 okay Ne, du weißt, was ich meine Ja, ne Das haben sie damals auch in Ruhe gelassen Ja, wir wollen sie jetzt nicht absichtlich verfolgen oder so Aber wenn sie uns angreifen, dann sind die einfach tot Ich glaube nicht, dass die uns angreifen würden Ähm Wo bist du? Na, ich bin über dir Wir müssen ihnen eine Allianz vorschlagen Ich kann gar nicht so böse lachen wie du Tja Ich bin gar nicht so Hurensohn wie du Ne, nicht Hurensohn, dazu muss man einfach nur Böse sein Also bist du böse? Manchmal schon, ja Manchmal sagen auch viele, ich wäre ein Arschloch Aber Oh nein, das ist aber nicht nett Ja Aber Alex, hier Dominic und ich haben eben Das Beste ist ihr Wenn man Wenn man gesagt bekommt, so Ja, warum bist du denn immer so kalt und cool? Ist das, weil du das sein willst oder bist du einfach so? Und dann einen Tag später kommt Oh, du bist so ein herzensguter Mensch Du hast ein flauschiges Herz Und ich denke mir so HALT DIE SCHNAUZE Du FURZE Nein Ähm Ich habe mit Dominic eben die View Distance gecheckt Und auf diesem Server ist die View Distance in Ordnung Das heißt, wir können Sie ist relativ weit sehr Sehr weit Ich habe meine, weißt du wie weit meine Dingels ist? Meine Fah Hier Ferneinstellung Warte, Option, Video Settings Oh, die war eben noch auf 32 Jetzt habe ich sie wieder auf 16 Gut Ich weiß gar nicht, wo meine ist Aber ich will jetzt auch nicht gucken Ich habe Angst wegen Gegner Lass mich mal kurz gucken Option, wo gucke ich das nochmal? Video Settings Ähm Hast du mal ausguckt? Genau, was ich eben erzählen wollte wegen den Tränken Äh Falls du Domse Wenn er auf uns losrennt oder so Und du siehst irgendwie so Was weiß ich Funken oder Irgendwas komisches, was du um ihn rumschwebt siehst Ne? So ein bisschen Dann hat er einen Trank genommen Dann solltest du ihn nicht angreifen Okay Weil er dann wahrscheinlich Leben regeneriert oder so Dann wäre vielleicht in dem Sinne irgendwie Weglaufen schlauer oder schnell einen Goldapfel essen Okay Also das wäre in dem Fall dann schlauer, als wenn wir auf ihn losrennen würden Okay Okay Also Dominik war ja letztens in der Mitte Gib mir Deckung Okay, hier ist nichts Da ist eine Kuh Äh Ich habe gar keinen Cubgestone mit, um irgendwie in der Wand zu bauen oder so Hast du Cubgestone? Äh Ne Ja, sechs Stück nur Ja, gib her Ich bin schneller am Bauen, als du Nichts gegen dich Ja Ne, das stimmt Da gebe ich dir vollkommen recht Also dann einfach, das könnte Leben retten Äh Lass mal nicht nach da gehen, da waren wir doch schon Ach ja, wo war jetzt die Basis von den Gegnern? Boah, keine Ahnung Alter Das ist scheinbar Meine Map hat sich nämlich zurückgesetzt Äh Unsere Basis Unsere Basis ist da Oh ja, Hundis war da Lass mal nach da gehen, komm Okay Ich bin der Meinung, da war nichts, aber okay Lass einfach mal hingehen Also ich bin der Meinung, wenn wir Richtung Mechsle Ich glaube, als wir nach da gegangen sind, sind wir zu Mechsle und Tom gekommen Ja, aber da ist doch Dominik, da wollen wir doch hin Achso, ja stimmt Ey, hier, oh mein Gott Oh mein Gott Was? Kühe fressen Bäume Hier, guck mal, der Baum hier Ja, ich seh's, ich seh's, ich seh's Ja gut, dann lass hier jetzt nach, äh, ja, geradeaus, komm Lass vorsichtig Ausschau halten Folgenende, ja gut Okay, gut, meine Freunde Komm, komm hier und dann, achso Das geht aber schnell Gut Wir hoffen, es hat euch gefallen Ja, guckt bei den anderen dabei zu Bewertung nicht vergessen Wenn's euch gefällt oder nicht gefällt, hoch runter Oder auch einen mittleren Daumen gibt's auch Oder ihr gebt uns Sterne wie früher, das ist auch kein Problem Ähm, das Ende wird zu lang, deswegen Tillöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö